Eine Freundin in Deutschland, bei der Sie zu Besuch sind, sucht eine neue Wohnung. Sie trifft sich mit dem Hausmeister einer Wohnung. Schreiben Sie nach dem Anhören des Gesprächs die richtigen Lösungsbuchstaben in die Tabelle. Sie hören das Gespräch zweimal. Bevor Sie sich das Gespräch anhören, lesen Sie bitte alle Sätze durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie hören jetzt das Gespräch. Sie wissen ja schon, dass die Wohnung zweieinhalb Zimmer hat und 60 Quadratmeter groß ist. Sind Sie verheiratet? Noch nicht, aber ich lebe mit einem Partner zusammen. Wird der auch in die Wohnung einziehen? Dann verstehe ich, dass Sie sich für das Arbeitszimmer interessieren. Also, hier ist das Wohnzimmer, das etwas über 30 Quadratmeter groß ist. Sehr schön. Ich denke, ich kann hier alle meine Möbel aus der alten Wohnung aufstellen. Gibt es einen Kabelanschluss für den Fernsehapparat? Natürlich, da hinten in der rechten Ecke. Habe ich im Arbeitszimmer einen Internetanschluss? Der ist leider erst in einem halben Jahr möglich. Noch eine Frage zur Küche und zum Bad. Sind in den beiden Räumen Fenster? Leider nur im Bad, aber die Küche ist mit Kühlschrank, Geschirrspüler und Mikrowelle gut eingerichtet. Kann ich im Bad meine Waschmaschine anschließen? Das geht nicht. Im Keller gibt es einen Raum, wo alle Mieter ihre Waschmaschinen aufstellen können. Da gibt es auch einen Raum zum Trocknen der Wäsche. Ich habe ein Fahrrad. Wo kann ich das abstellen? Für die Fahrräder gibt es auch im Keller einen Raum. Für mein Auto gibt es einen Parkplatz? Ja, der befindet sich im Hof. Sie müssen im Monat 20 Euro bezahlen. Noch eine Frage zu den anderen Mietern. Wer wohnt über mir und unter mir? Über ihnen wohnt ein älteres Ehepaar und unter ihnen ein junger Mann. Es ist also nicht laut. Bis wann muss ich Sie informieren, ob ich die Wohnung nehmen werde? Es wäre gut, wenn Sie das noch in diesem Monat tun. Hier haben Sie noch ein Formular, das Sie bitte ausfüllen müssen, wenn Sie Interesse an der Wohnung haben. Ich möchte Sie suure, wie du hier in den ganzen Weg einmal schreien, wenn Sie sich erstmal in der Wohnung zu kommen. Wenn Sie mit dem Monat-Mietern helfen, dann kommen Sie an die Wohnung. Du bist in der Wohnung. Ich möchte sie bereits in der Wohnung. Ich möchte sie nicht in der Wohnung. Ich möchte sie nicht in der Wohnung. Vielen Dank.